Ich heiße Ivo, ich komme aus der Ukraine, ich bin 14 Jahre alt, ich bin schon seit ein Jahr und sechs Monate in Deutschland. Ich wollte meine mittlere reife Abschluss zu machen und dann eine Ausbildung bei Königin Bauer in Gisereitechnik zu machen. In nächster Woche mache ich noch ein Praktikum in Metallbauer und Kaufmann. In der Schule gefällt mir sehr gut, es ist viel besser als in meinem Land. Die Schule ist sehr modern und sehr gut.